ja torsten montag hier wieder vom gründerlexikon heute mit dem thema keyword recherche also zu gut deutsch die recherche die analyse von schlüsselwörtern von suchbegriffen eine ganz wichtige angelegenheit denn auf der suche nach einer nische da muss man solche schlagwörter überprüfen wenn man also eine webseite erstellen will das habe ich in anderen videos schon erklärt wie das geht dann versucht man natürlich ein ganz bestimmtes thema abzudecken und versucht dort möglichst erfolgreich zu sein und deswegen muss man vorher genau prüfen in welchem thema man unterwegs ist wenn man also ein thema fernab von der normalen webseite der firmenvisitenkarte oder einfach nur der firmenwebseite betreibt zu irgendeinem x-beliebigen thema dann gibt es da ein ganz spezielles vorgehen und das möchte ich jetzt gerade mal erläutern in der regel sollte man danach schauen dass man möglichst wenig wettbewerber hat dass man einen hohen preis für das produkt erzielen kann was man auf seiner webseite verkaufen möchte und dass man gleichzeitig ein hohes suchvolumen zu diesem produkt oder zu diesem suchbegriff hat genau diese drei dinge sind am wichtigsten und genau das prüfen wir jetzt hier ab dazu habe ich nämlich eine excel tabelle erstellt wie man denn zu diesem wort kommt ob es besonders gut oder schlecht ist das erkläre ich auch in einem anderen video nochmal wo es um das finden einer nische einer verkaufsnische geht einer marktnische wie prüfen wir das jetzt im einzelnen ich habe dazu internetdienste zu rate gezogen zum beispiel kw finder das sind also alles amerikanische dienste die aber auch in deutschland funktionieren oder sem rush und außerdem auch meine excel tabelle die man hier schon sieht und da geht es jetzt richtig los zu der excel tabelle erkläre ich jetzt also wie man vorgeht auf dem sheet hier unten auf dem register notizen da gibt es ganz oben hier erst mal eine checkliste erstens tragen sie ein projekt ein gut das machen wir mal ich habe hier also mir ein x beliebiges projekt ausgesucht in einem anderen video habe ich da schon mal drüber oder werde ich darüber berichten wie man da vielleicht was aussuchen kann ich habe mich jetzt mal hier zu dem thema bar projekte barhocker bar theken alles was man so für die eigene bar benötigt da will ich mich jetzt einmal mit beschäftigen das trage ich jetzt hier ein und ich erfasse die suchwörter die vielleicht interessant sind barhocker könnte ich verkaufen ich könnte auch bar theken verkaufen oder sogar beides aber ich spezialisiere mich wahrscheinlich nur auf ein thema was passiert als nächstes ich muss das suchvolumen ermitteln und zwar muss ich das dann hinter jedes suchwort hier in diese spalte eintragen und als viertes muss ich die zahl der wettbewerber herausfinden das kommt dann hier drüben in diesen großen bereich rein das geht relativ einfach zeige ich dann alles wie das bei google abzulesen ist und dann erfährt man wenn man alles eingetragen hat in dieser tabelle dann wirklich hier hinten eine entscheidung es kommt noch ein zwischenschritt das ist die umsatz prognose da komme ich gleich noch dazu wenn man alles eingetragen hat kann man hier tatsächlich an der zahl und auch an der farbe ablesen ob man in diesem suchbegriff eine webseite erstellen sollte ob man dazu eine domain registrieren sollte und genau dazu gibt es ja auch wieder ein video was man da beachten sollte also eine sogenannte entscheidungs ampel habe ich hier eingerichtet mit den farben wie man sie vom verkehr kennt also vom straßenverkehr grün sieht also gut aus kann man durchaus mal probieren naja mit etwas glück vielleicht das ist so ein bisschen nicht fisch und nicht fleisch da muss man wirklich mal auch mal ausprobieren und bei rot lieber nicht also da würde ich dann die finger auch davon lassen wir probieren das jetzt mal aus mit barhocker der erste schritt wäre also das suchvolumen abrufen und eintragen wie mache ich das dazu gibt es hier diese tollen dienste habe ich also rausgesucht zemrush.com die links findet man unter dem video ganz klar und jetzt suche ich mir einfach mal mit dem suchwort nehme ich den zwischenspeicher trage das hier oben ein da braucht man also einen kostenlosen account sowohl bei diesem semrush als auch bei dem kw finder habe ich mich kostenlos registriert leider gottes sind dann die suchen pro tag etwas beschränkt man darf also hier bei dem kw finder wirklich nur fünf suchen durchführen ich habe da leider jetzt schon zwei verbraten und habe nur noch drei übrig deswegen gucke ich parallel auch immer in dem hier denn auch hier ist das beschränkt dass volumen wo man arbeiten mit kann und naja man könnte das ganze umgehen wenn man etwas mehr braucht man bucht sich mal für einen monat die vollversion die sind jetzt nicht so wahnsinnig teuer oder man legt mehrere kostenlose e mail adressen und damit kostenlose accounts an und switcht hin und her dann hat man ein paar suchen mehr aber ist ein bisschen umständlich kann man ja mal testen ich probiere das jetzt mit barhocker klick da mal auf die suche jetzt muss ich hier oben selbstverständlich noch die datenbasis von amerika auf deutschland umstellen weil sonst macht das ja keinen sinn und wir haben hier das gerät auf desktop eingestellt das könnte man auch auf mobile einstellen das mal vergleichen das schenke ich mir jetzt der einfache teil lassen was bei desktop was sieht man zum thema barhocker hier unten also die passenden wortgruppen und da sieht man wow das sind 60.500 suchvoluminas im monat also pro monat wird das wort barhocker etwa 60.000 mal bei google eingetippt und dann gibt es noch ein paar andere suchbegriffe passende dazu da könnte man jetzt also mal schauen mensch was ist denn da noch interessant barhocker aus holz das ist auch noch recht interessant ich sage jetzt mal so alles was vierstellig ist ist noch interessant wobei 1000 schon naja arg an der grenze liegt aber ikea barhocker das macht zum beispiel keinen sinn weil man kann selbst wenn man da viele besucher bekommt zu ikea barhocker man kann selbst keine ikea barhocker verkaufen weil ikea ja nicht online verkauft oder sie bieten kein provisions modell an wo man verprovisioniert wird wenn man diese barhocker von ikea verkauft das klappt also immer nur mit amazon oder ebay oder solchen online shops die bieten also ein provisions modell an und man wird für die vermittlung bezahlt man bekommt da wie so eine art werbekosten erstattung aber das gibt es dann in einem anderen video noch etwas ausführlicher was hier an dieser übersicht viel interessanter ist das sind die ähnlichen keywords also die ähnlichen suchbegriffe und hier sieht man dann also nicht barhocker allein sondern ein suchbegriff was die leute eingehen barhocker online bestellen das sind also genau die die das online bestellen wollen die eine kaufabsicht haben leider gottes sind das in dem fall nur 90 im monat und das lohnt sich absolut nicht etwas interessanter ist dann barhocker kaufen mit 590 im monat aber auch das lohnt sich noch nicht ich nehme jetzt einfach mal barhocker so wie wir es in der tabelle eingetragen haben mit 60.500 trage ich das hier ein 60.500 man sieht man schon das geht auf grün ich habe da also eine regel hinterlegt ab bestimmten suchvoluminas wird das feld auf grün gesetzt und damit sieht man schon in der ampel sieht gut aus also 60.500 da kann man schon was mit anfangen komme ich gleich noch dazu wie das genau zu verstehen ist jetzt müssen wir also im zweiten schritt die anzahl der wettbewerber die google suchergebnisse analysieren da ich jetzt aber in dem bereich drin bin suche ich gerade jetzt schnell noch nach bar theken dann haben wir das nämlich alles komplett weg so da haben wir bar theke bar theke kaufen 720 ähnliche suchbegriffe gibt es hier gar nicht dann sind wahrscheinlich die daten zu geringfügig und dann können die nicht ausgegeben werden also bar theken gibt es nicht es gibt nur bar theke dann korrigiere ich das hier gleich mal und das waren 4400 jetzt könnte man noch bar theke kaufen ich würde aber lieber barhocker kaufen mal suchen so kommt man quasi dann von einem suchbegriff auf den nächsten und braucht dann schon hier sieht man so die gratis demo version ist nun abgelaufen ich müsste also etwas größeres buchen hier hat man zehn kostenlose anfragen pro tag ich habe leider vorhin schon im vorfeld ein paar abfragen gestartet deswegen schenke ich mir das jetzt einfach mal an der stelle gut können wir ja auch mit dem machen also barhocker und bar theke jetzt gucken wir was sagt google dazu suchen wir das einfach mal ich gehe auch bewusst in den inkognito modus da wären also keine cookies gesetzt da gibt es keinen suchverlauf da bin ich auch nicht eingeloggt mit meinem google account also ein etwas besseres suchergebnis weil das andere das wird sonst direkt auf mich zugeschnitten und das ist etwas verfälscht hier bekommt man also ein reines ergebnis will ich das mal so bezeichnen barhocker hier sieht man also schon gut diesen datenschutz hinweis den blende ich mal aus hier sieht man aber in der rechten seite den riesigen großen bereich wo anzeigen geschalten werden und wo auch die produkte verkauft werden dann das ist also bezahlte werbung wo die firmen die da gelistet sind bezahlen müssen auch hier oben drüber anzeige anzeige das deutet immer darauf hin das sind eingekaufte ergebnisse man kommt zwar auch dort zu einem produkt und kann es kaufen aber derjenige hat sich dort mit einem guten budget eingekauft in die suchergebnisse bei google hier ab diesem punkt geht es erst los dass dann organische suchergebnisse kommen so nennt man das das sind also die die wirklich nicht bezahlt sind die von dem google algorithmus ausgerechnet worden dass sie an dieser position ausgegeben werden sollen und da gibt es doch einige wenn ich jetzt mal hier zusammenrechne was ist bezahlt was sind also werbeeinbuchungen was ist konkurrenz die sich direkt zu diesem wort hier einbuchen dann sind das schon ziemlich viele wenn ich zurückgehen meine tabelle dann soll ich hier anzeigen oder reinschreiben wie viel anzeigen gibt es die könnte ich jetzt zählen ich mache das aber eher nach dem bauchgefühl und verteile das flächenmäßig ich gucke also welche bereiche haben den größten flächenanteil wenn ich jetzt sage google anzeigen sind schon recht heftig hier oben also diese großen bereiche hier oben drüber das ist ja fast alles nicht änderbar und unten drunter nochmal hier gibt es dann auch nochmal extra einschübe von google die mir jetzt auch erstmal platz wegnehmen mit meiner eigenen seite darum geht es ja ich brauche einen platz mit meiner seite dazwischen irgendwo und an den eingekauften positionen kann ich schlecht was ändern ich würde also von zehn positionen würde ich jetzt durchaus sechs positionen den google anzeigen zu schreiben jetzt gucken wir mal nach den nischen seiten es sind also vielleicht schon wettbewerber hier in diesem suchergebnis die sich auch die mühe gemacht haben und haben ein eigenes projekt genau zu dem thema bar hocker aufgebaut so wie ich das jetzt vorhab und die versuche ich mal herauszufinden hier gibt es zum beispiel barhocker.de das ist also ziemlich mit nummer sicher ein solches projekt hier gibt es wirklich nur barhocker ist wie so eine art online shop gut es gibt auch launcher es gibt gartenstühle sonderposten also man könnte das als ziemlich speziellen online shop bezeichnen ich würde es aber nicht als nischenprojekt bezeichnen weil es ganz einfach ein online shop ist was der sich zwar auf barhocker spezialisiert hat aber dennoch andere produkte aus anderen bereichen mit verkauft wie entscheiden wir uns jetzt ein hersteller ist es nicht es ist kein shop nee ich würde schon sagen es ist eine nischenseite weil einfach die domain sehr sehr stark darauf hindeutet dass die sich spezialisiert haben die nischenseite ist immer etwas sehr sehr spezielles genauso wie der hersteller wir zählen jetzt mal weiter barhocker hätten wir also herausgefunden home24 das ist also ein allgemeiner online shop für das für die ausstattung für zu hause für den wohnbereich ist also eher ein online shop otto genauso ein online shop real ist also der kennt man ja die verkaufen auch online ist also demzufolge auch für mich jetzt ein online shop amazon sowieso xxx lutz auch ein großer möbel online shop poko genauso und dann haben wir noch eine kleinanzeige und wir haben möbel laden ladenzeile de das ist auch eine art online shop wir haben also wenn man das durchzählen online shop ebay kleinanzeigen poko 3 4 5 6 7 8 8 online shops und wir haben keinen hersteller und wir haben eine nischenseite und wir haben in etwa google anzeigen 6 von der fläche her gut wir könnten die jetzt auch 10 dann haben wir es nämlich gleich richtig gemacht das ist 1 2 3 4 hier haben wir 5 6 7 8 stück 8 anzeigen und damit verändert sich hier hinten gerade das zwischenergebnis in abhängigkeit von diesen einzelnen wettbewerbern ich möchte jetzt kurz noch mal erklären warum das so wichtig ist warum man die unterteilt in google anzeigen und hersteller und online shops das ist aus dem grund sehr wichtig denn bei den google anzeigen erkenne ich dass es ein wettbewerber ist der sich wirklich mit dem thema beschäftigt und geld in die hand genommen hat und genau zu dem thema sich dort eingebucht hat deswegen ist das ein potenzieller wettbewerber der auch von meiner webseite die ich ins netz stelle nicht weg zu bekommen ist denn die google anzeigen die bezahlten anzeigen kann man durch die nicht bezahlten anzeigen nicht an die seite schieben oder eliminieren ich könnte das aber bei einer nischenseite machen dies aber verhältnismäßig gesehen sehr sehr speziell genauso speziell wie ich es ja werden möchte und demzufolge ist es extrem schwer genauso wie das beim hersteller auch der fall ist hersteller haben sich ja mit ihrer produktion und demzufolge auch mit dem webauftritt auf eine oder wenige dinge spezialisiert nicht so wie es shops oder preisvergleichsportale oder kleinanzeigenmärkte tun die haben ziemlich viele produkte ziemlich viele kategorien deswegen sind die als wettbewerber zwar vorhanden aber auf keinen fall so schwergewichtig zu sehen wie ein hersteller oder wie eine nischenseite und genau aus diesen genannten gründen müssen wir diese daten hier eintragen und die werden dann von mir hier hinten im zwischenergebnis berücksichtigt im übrigen sie können alles was hier zu finden ist was berechnet wird durchaus verändern ergänzen verbessern andere zahlen oder andere berechnungsmethoden hinterlegen da sind sie vollkommen frei das gestatte ich ihnen an der stelle ich möchte nur nicht dass diese dokumente kostenlos an irgendjemanden weitergegeben werden oder weiterverkauft werden das ist die einzige bedingung aber das ist auch denke ich selbstredend jetzt haben wir noch einen weiteren bereich das zwischenergebnis haben wir gerade gemacht warum ist das so das habe ich auch erklärt und dann kommen wir zu dem sheet oder zu dem register umsatz prognose denn die wird genau hier hinten abgetragen schalten wir also hier mal um hier gibt es also eine neue zwischenberechnung und die beginnt ganz hier oben mit den kennzahlen die muss ich kurz erklären ich trage hier also ein wie viel prozent der besucher auf platz eins zwei oder drei bei google landen also wie viel prozent der besucher bekommt eine positionierung eins zwei oder drei bei google ab ich trage das hier mal etwas etwas besser ein dann versteht man dass er bei traffic heißt auf englisch ist aus englisch heißt verkehr und damit ist eben auch im internet der besucher verkehr gemeint ich mache das aber trotzdem mal hier etwas deutscher heißt also platz eins bekommt den meisten anteil mit 50 prozent dann geht es rapide abwärts auf zehn prozent und platz drei nur noch acht prozent wie komme ich denn da drauf ich habe dazu meine studie rausgesucht und da kann man das sehen die ist zwar schon ein paar jährchen alt aber an diesem an dieser klick map an dieser heat map wurde gezeigt wo die leute überall hinklicken wenn sie denn bei google suchen man hat also hier oben in suchbegriff eingegeben und sieht dann da wo rot geklickt wurde wo rot wo die roten flächen sind da ist sehr häufig geklickt worden und gelb weniger und bei grün beziehungsweise bei blau ist fast gar nicht geklickt worden und daran erkennt man hier schon dass die oberen drei suchergebnisse bei google wie so eine art dreieck bilden und das sind die hauptsächlichen klickergebnisse demzufolge ist das oberste die oberste positionierung extrem stark geklickt und dann nimmt das rapide bergab jetzt müssen wir allerdings noch feststellen dass wir ja bei dem barhocker oben kein organisches suchergebnis haben sondern wir könnten maximal mit unserer internetseite hier an diese position gelangen genau hier wo es also keine anzeigen mehr gibt das heißt der haupt besucherstrom der wird hier oben in den bezeiten einträgen stattfinden demzufolge könnte man auch diese positionieren oder diese platzierung hier noch etwas korrigieren das mache ich jetzt auch mal also der erste platz der organischen suche der nicht bezahlten suche den nehmen wir einfach mal auf 20 prozent dann geben wir beim zweiten platz auf fünf prozent runter und den letzten platz den nehmen wir auf noch auf ein oder auf zwei prozent das ist also wesentlich glaubwürdiger an der stelle kann natürlich variiert werden jetzt brauchen wir noch die bestellrate also wie häufig bestellen denn die besucher die ich auf meine webseite bekomme habe ich jetzt mal ganz einfach ganz zaghaft wirklich sehr ängstlich ein prozent festgelegt und ich brauche den provisionssatz noch wie hoch ist die provision die ich für die vermittlung der besucher bei den verkäufen bekomme da habe ich auch fünf prozent genommen das schwankt natürlich je nach produkt gerade bei amazon schwankt das zwischen zwei prozent und zehn prozent da muss man also einer tabelle gucken die linke ich auch mal mit an die packe ich in die links mit rein da kann man mal nachschauen wie viel das ist und das monatliche umsatz ziel na ja gut mit einem euro kommen wir nicht weit sagen wir einfach mal ich möchte monatlich 500 euro erreichen das ist erstmal das was man den kennzahlen einstellen muss jetzt sind die suchwörter und die suchvolumina hier unten automatisch übertragen worden hier sieht man auch wieder die entscheidungs ampel genau wie in dem anderen bereich und jetzt kommt es noch darauf an welche minimum und maximalen preise werden denn im bereich barhocker gezahlt dazu gehe ich einfach mal auf amazon als beispiel zum thema barhocker haben wir hier unten schon den eintrag da brauche ich noch nicht mal mehr suchen und sehe dann hier aktionen und sehe hier auch so ein paar produkte es geht also hier von 14 95 nee das ist kein barhocker da gucken wir einfach mal bei barhocker in der kategorie barhocker und sehen dann hier 69 euro 119 euro wobei das ja auch kein barhocker ist 65 euro was haben wir hier noch 109 euro 209 euro da muss ich mir jetzt den niedrigsten und den höchsten einfach mal raus so sagen wir mal hier 34 euro ist der niedrigste der niedrigste preis und 210 euro hatten wir eben gefunden nochmal gucken vielleicht finde ich noch was höheres könnte man vielleicht ja auch mal nach den preisen sortieren lassen also preis absteigen damit hätte man das teuerste oben das ist also eine ganze garnitur für 3200 aber das sind dann auch für draußen solche dinge hier das sind wahrscheinlich ja drehstühle designer möbel für 1900 okay ich sage jetzt einfach mal ich gehe nicht ganz so hoch auf 1900 ich gehe mal also auf 1700 wir nehmen 1900 genau das was da nämlich stand und jetzt wird automatisch daraus der durchschnittspreis ermittelt und in abhängigkeit von diesen ganzen kennzahlen hier oben wird mir der umsatz ermittelt der an position 1 zu erwirtschaften wäre bei google an position 2 und an position 3 und ich sehe dass alle drei positionen über meinem umsatz ziel liegen und damit ja aus meiner berechnungs sicht her lukrativ sind die ampel geht auf die drei und damit auf grün ist es also ja durchaus erfolgsversprechendes ergebnis das kann ich natürlich variieren wenn ich jetzt hier einfach mal das umsatz ziel auf 1000 euro setze und schon stimmt es nicht mehr weil dann kriege ich an position 3 keine umsätze mehr über 1000 euro wenn ich aber hier jetzt die besucher bei google das ist spekulation das kann man natürlich nie genau voraussagen wenn man das jetzt mal auf 10 prozent setzen würde wups schon stimmt das wieder also man kann mit dieser excel tabelle tatsächlich das so ausrechnen wie man es braucht man kann es schön rechnen man kann es schlecht rechnen wo wie bekommt man denn hier diese besucherzahlen raus dazu müsste man vielleicht mal eine google adwords kampagne schalten und mal vielleicht 100 euro einsetzen zu dem stichwort barhocker und sieht dann am tagesende genau wie viele besucher haben denn auf meine anzeige geklickt an welcher position stand ich da und da bekommt man dann ein gefühl wie viele besucher da wirklich zustande kommen aber das ist doch recht kostspielig und auch zu aufwendig und aus dem grund gehen wir lieber über dieses suchvolumen was wir ja von unseren online diensten bekommen haben jetzt ändern wir das einfach mal wieder zurück und dann sieht das gut aus die anderen themen können wir natürlich auch noch mal überprüfen ich gucke jetzt nur in dieser kategorie nach bar theke lassen wir das dann auch wieder sortieren und zwar absteigend da haben wir also ja gut bar theken ist jetzt etwas relativ wir müssen das auf alle kategorien beziehen und dann ist bar theke ja auch noch also das sind jetzt keine ist keine theke das ist eine theke und das im fernsten sinne auch also man sieht hier schon 360 euro vielleicht etwas mehr und das niedrigste liegt so bei 50 euro das trage ich jetzt hier einfach mal ein es geht ja nur ums prinzip 300 400 euro und hier bekommt man dann auch wieder ergebnisse aber hier sieht man schon dass der durchschnittspreis wesentlich geringer ist und damit auch die umsätze wesentlich geringer ausfallen ist überhaupt gar nicht mehr lukrativ 99 euro im monat noch dort an position 1 zu erwirtschaften hängt im konkreten fall auch vom suchvolumen ab 4400 ist wesentlich weniger als 60.000 und demzufolge sinken auch die umsätze an der stelle das ganze diese ganzen ergebnisse lassen wir jetzt mal hier vorne in den notizenbereich einfließen die kann man im übrigen auch umbenennen das ist jetzt nur ein beispiel von mir gewesen und hier sieht man schon der barhocker mit 60.000 das zwischenergebnis ist sehr schlecht dann haben wir das preisliche ergebnis ist wieder gut ein gesamtergebnis ist von naja mit etwas glück vielleicht das ist natürlich sehr relativ zu bewerten ein stichwort wie barhocker man sieht selber ist hart umkämpft und deswegen würde ich da überhaupt gar nicht einsteigen das ist also wirklich nur aufgrund des sehr guten preises umsatz prognosen von diesem ganz schlechten zwischenergebnis auf das mittelgute gesamt entscheidungsergebnis gekommen wenn ich die umsatz prognose hier hinten mal wirklich etwas verschärfe und wir nehmen meine bestellquote von einem halben prozent und wir nehmen wirklich mal hier die besucher extrem noch mal runter wir haben eine riesige konkurrenz dann nehmen wir hier mal zwei prozent und hier ein prozent dann sieht das hier auch schon anders aus und wenn wir den maximalen preis verändern denn man kann ja nicht davon ausgehen dass irgendjemand ein barhocker für 1900 euro kauft im durchschnitt werden die natürlich wesentlich weniger verkauft und dann nehme ich hier einfach mal etwas weniger an als maximalen preis und dann bekommt man auch plötzlich andere werte denn dann schnippt das ganze nur noch bis 317 im durchschnitt das sind 480 an der position eins und schon ist diese entscheidungs ampel auf null es ist also auch umsatz technisch überhaupt gar nicht mehr lukrativ da einzusteigen weil ganz einfach die preise nicht hoch genug sind und damit auch die provisionssätze die margen nicht entsprechend hoch sind und das spiegelt sich in der gesamtentscheidung wieder wir haben zwar ein super ergebnis hier vorne bei der suche wir haben aber auch wahnsinnig viel konkurrenz und wir haben ein schlechtes preisergebnis und demzufolge ein schlechtes gesamtergebnis wenn wir das ganze jetzt für ein anderes keyword noch durchführen würden dann würden wir ein ähnliches ergebnis vielleicht bekommen oder vielleicht ein richtig gutes ergebnis und wir hätten dann damit tatsächlich eine nische gefunden ich möchte mal ein beispiel dazu zeigen das habe ich nämlich gefunden der elektrische elektrischer kamin jetzt gucken wir mal in unsere in unseren keyword feinderein elektrischer kamin in deutschland und die sprache ist deutsch und dann gucken wir mal ob das wirklich so ist ob das ein suchvolumen hergibt ob das vielleicht ein wesentlich besseres wort ist tatsächlich 8300 und hier bei dem dienst sieht man auch die möglichkeit oder die schwierigkeit dieses suchbegriffs bei 33 von 100 ist es also so im unteren bereich hier sieht man allerdings auch grad saisonal bedingt gegen ende des jahres im winter gehen die elektrischen kamine nach oben oder nicht die elektrischen kamine sondern dass das das der suchbegriff wird dann häufiger verwendet ich übertrag jetzt mal die 8300 ein gutes suchvolumen und jetzt suchen wir danach noch mal bei google und schauen was war für eine auch hier zählen wir jetzt mal die anzeigen eins zwei drei vier fünf die zähle ich als fünf dann haben wir noch die bilder dabei das natürlich auch blöd ich nehme die mal als sechs weil die können wir ja auch nicht verändern und dann haben wir hier unten noch 7 8 9 ist also tatsächlich etwas mehr als bei dem anderen und jetzt gucken uns die nischen seiten an das ist ein baumarkt das ist ein ebay kleinanzeige luft king würde ich eher als shop einstufen denn luft hat nichts mit elektrischen kaminen zu tun demzufolge ist es keine nischen seite oder hersteller seite klarstein das könnte eine hersteller seite sein die haben zwar auch einige andere geräte aber ich glaube klarstein ist nee das ist eher so für haushaltsgeräte küchengeräte klima und so weiter also ist doch online mäßig mal wieder zurück so dann haben wir billiger ist auch ein preisvergleich real ist ein online shop otto ist online shop amazon ist online shop dann hat sich das schon erledigt also amazon otto 3 4 5 6 7 8 tragen wir mal ein online shops 8 es gibt keine hersteller und es gibt auch keine nischen seiten man kann natürlich auch auf der zweiten seite mal schauen da sieht die sache schon wieder anders aus werbung haben wir da auch sehr viel aber hier hier gibt es dann noch ebay ladenzahl ist auch ein online shop dann kommen noch ein paar baumärkte kamin licht das könnte jetzt schon ein erster nischen eintrag sein gucken uns das mal an kamin licht etanol also die haben sich wirklich auf kamine spezialisiert zubehör ratgeber gaskamin elektrokamin etanol kamine ja also das würde ich als nischen seite schon einstufen auch wenn es sehr umfangreich ist aber die haben sich eben auf kamine spezialisiert und was haben wir da noch idealo bauhaus luftbewusst elektrisches kaminfeuer das ist tatsächlich ein echtes das ist ein echter erster eine erste nischen seite die sich auf kaminfeuer auf kamine spezialisiert haben und die über amazon weiterleitung über amazon produkte provisionen verdienen das heißt die haben gar keine eigenen produkte so wie die anderen online shops sondern die vermitteln einfach nur die produkte ich zeig das mal an amazon wenn ich hier also klicke irgendwo finde ich dann immer amazon produkte ja ist ja richtig gut versteckt hier sogar hier zum beispiel wenn ich jetzt hier drauf klicke oder hier sieht man schon amazon 119 euro die haben also keine eigenen produkte dadurch unterscheiden sie sich von den anderen online shops und deswegen sage ich die spezialisieren sich haben keine eigenen produkte haben das deswegen nur eingestellt weil sie bei amazon die provisionen mitnehmen wollen und genau deswegen ist das ein harter wettbewerber den ich verdrängen muss der aber auch erst auf seite zwei zu finden ist jetzt könnte man mal schauen wie lange steht denn der schon im netz wie lange geht denn der da schon rum und danach könnte man vielleicht auch erkennen hat er es schwer gehabt in der vergangenheit und ist jetzt gerade mal so da hochgerutscht oder wie auch immer da gibt es also auch alles mögliche an tools dazu wir können hier mir mal hier reinschauen was mein tool dazu sagt wir suchen mal nach dieser domain in deutschland und gucken mal ja er rankt tatsächlich zu elektro kamin mit heizfunktion künstliche kamin feuer man sieht also auch wirklich wozu die firmen oder die webseiten hier gelistet sind und wie hoch das suchvolumen ist es fehlt da natürlich einiges denn gerade elektrische elektrisches kamin feuer ist ja jetzt gar nicht oder elektrischer kamin ist jetzt gar nicht dabei aber man kriegt hier schon einen guten eindruck über dieses tool was da los ist und auch zu solchen domains kann man dann noch die ein oder andere recherche anstellt das soll aber jetzt gar nicht der schwerpunkt sein weiter in diesem takt also elektrischer kamin ist tatsächlich ja auch nicht schlecht umkämpft jetzt gucken wir uns da mal die umsatz prognose an elektrischen kamin bekommt man bei amazon beispielsweise für 900 400 1500 das geht schon richtig gut 99 euro machen wir mal ganz schnell von 99 euro bis 1600 ich lasse mal hier oben die einstellung und hier siehe da selbst wenn man so ganz schlecht hier oben die kennzahlen wählt kommt man immer noch auf 849 euro im durchschnitt aber leider dann nur noch auf 176 euro im umsatz ist vielleicht doch ein bisschen zu heftig wenn ich also hier ein paar mehr besucher drauf schicken würde dann sieht das auch etwas besser aus und hier auch ein prozent bestellquote und da sieht man dann schon die position 1 schnippt dann auf über 1000 euro umsatz und die position 3 also weiter unten noch bei 176 sind es trotzdem noch phänomenal das ergebnis und jetzt könnte man also das gesamtergebnis sich anschauen und sieht bei 8300 besucher bei dem ganzen wettbewerb hat man ein ergebnis von 5 erreicht damit ist man ähnlich gut wie barhocker hat aber ein wesentlich einfacheres suchwort gewählt weil es besteht aus zwei begriffen und barhocker besteht aus einem begriff und wenn man sich in dieser branche auskennt dann sind begriffe oder wörter aus einem begriff bestehend wesentlich schwerer zu handeln zu optimieren und damit geld zu verdienen so suchbegriffe bestehend aus zwei wörtern zusammengesetzte wörter oder wortgruppen das ist schon etwas besser und jetzt könnte man also tatsächlich sagen aufgrund dieses ergebnisses würde ich jetzt nach einer freien domain suchen wie das genau geht zeige ich dann auch in einem anderen video nochmal und würde dann zum thema elektrischer kamin eine freie domain suchen und würde das wenn ich sie denn gefunden habe hier hinten vielleicht auch eintragen im bereich freie de domains wenn man denn eine freie de domain findet könnte man die da eintragen oder auch in einem anderen bereich ich habe lustigerweise im bereich punkt net diese domain registriert elektrischer bindestrich kamin punkt net kommen aber leider nicht mehr dazu irgendwas zu machen wer also da interesse hat der kann mich ruhig immer mal anschreiben oder fragen ob ich denn freie nischen seiten zur verfügung habe oder projekte und da können wir uns auch gerne einigen und da mal etwas verkaufen oder tauschen oder wie auch immer also da ist immer was bei mir vorhanden in diesem sinne hoffe ich dass ich mit dieser kleinen excel tabelle doch dem ein oder anderen ja einiges erklären konnte auch einen überblick bereiten konnte ein bisschen zusammengefasst steht hier hinten im bereich checkliste nochmal einiges auch mit links zu interessanten webseiten zu suchmaschinen zu suchdiensten so wie man vorgehen könnte die reihenfolge die schwankt etwas da kann man sich streiten ob man erst so oder so vorgeht hier gibt es auch noch einige andere daten drin alles ist nicht mehr so hundertprozentig aktuell denn die dienste verändern auch dann und wann mal ihre bedingungen so dass eben da nicht mehr fünf suchen sind sondern nur noch vier suchen oder man muss sich ganz und gar registrieren und das schwankt also deswegen da ein bisschen nachsicht aber es gibt schon mal einen ganz guten überblick in dem sinne viel spaß beim überprüfen ihrer suchbegriffe und beim überprüfen der der suchvoluminas und dieser ganzen thematik wie man auf ein erfolgreiches projekt kommen kann um dann später mit amazon oder mit ebay geld zu verdienen und wie das genau geht erkläre ich dann in einem anderen video